Hallo lieber Rasenfriks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfriker Andreas Kraus. Wir werden heute das Thema Spindelschleifen bearbeiten. Wir sind heute bei einer Firma, die Spindelschleifmaschinen herstellt, die Firma Ettrich. Und ich freue mich unheimlich hier mit dem Marvin Ettrich über das Thema Spindelschleifen zu sprechen. Und wir werden auch hier meine E-Flex Spindel schleifen lassen. Und vielleicht, wenn es auch funktioniert, sogar noch meine alte Edco Spindelkassette. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dem Video. So liebe Rasenfriks, jetzt gehen wir mal rein. Jetzt sagen wir mal dem Marvin guten Tag. Hier in seinem wirklich kleinen, sehr, sehr netten Laden. Tada! Hallo Marvin. Hallo. Ja, ich freue mich unheimlich, dass ich hier sein darf, bei euch hier und mit dir über das Thema Spindelschleifen sprechen darf. Gleich die erste Frage, wie seid ihr überhaupt zum Thema Spindelschleifen, Spindelschleifmaschinen gekommen? Du, das ist eigentlich eine sehr lustige Geschichte. Mein Vater hat damals sich selbstständig gemacht in dem Bereich Reparaturen. Und ein Kunde hat ihm gesagt, der darf nur für ihn reparieren, wenn er Spindelschleifen kann. Und so hat er dann halt sich im Markt umgeschaut und hat festgestellt, dass es keine Maschine gibt, die das macht, so wie er das will. Das Besondere an den Spindelschleifmaschinen von der Firma Ettrich ist die Tatsache, dass man die Spindel als Einheit, also die Spindeleinheit, komplett auf die Maschine setzen braucht, nur setzen braucht und nicht zerlegen muss. Das heißt, man kann die Spindel und das Untermesser ohne ein Zerlegen schleifen. Habe ich es richtig gesagt, Marvin? Im Großen und Ganzen, ja. Es kommt immer drauf an. Reparaturen sind ja unabhängig davon. Da müssen wir ja immer gucken. Aber im besten Fall, wenn alles richtig funktioniert, setzen wir die Einheit drauf, klappen das Untermesser vor, schleifen die Einheit, stellen ein und dann machen das Nächste. Und der Kunde ist schnell wieder einsatzbereit. Ja Marvin, ich weiß nicht, Spindelschleifmaschinen ist ja etwas sehr Exotisches. Wie viele Firmen gibt es da so eigentlich weltweit oder überhaupt hier in Deutschland? Wer macht denn sowas eigentlich? Also weltweit gibt es vielleicht eine Handvoll Hersteller. Eine Handvoll? Ja, es sind nicht viele. Es ist eine besondere Maschine. Es sind besondere Anwendungsbereiche. Da werden nicht riesen Stückzahlen gebaut. In Deutschland sind wir die einzigen Hersteller, die das machen. Es gibt in England noch eine Firma und in den USA gibt es zwei Stück, die halt bekannt sind, die draußen auf dem Markt sind. Und wir sind halt in Europa eine der Firmen, die halt so einen Ruf haben, dass wir halt mit unserer Maschine halt die Einheit komplett schleifen können, ohne sie zu zerlegen. So, aber das Hauptding ist halt hier eure, ich kann mir erinnern, SBR 900. Genau. Und daraus ist jetzt eine SBR 901 entstanden. Genau, die hat halt hauptsächlich technische Verbesserungen. Optisch sieht sie noch fast gleich aus. Was kostet so eine Maschine? Die Maschine, die kostet circa 49.000 Euro, ja, netto. Und das ist... Aber das ist schon Geld, ja. Das ist Geld, klar. Das ist Geld. Aber wenn du 60, 50 Einheiten im Jahr schleifst, machst du es nicht bezahlt. Ja gut, das stellt sich natürlich dann auch nur jemand hin, der wirklich auch viele Spindeln übers Jahr schleifen muss oder der das eben anbietet für Kunden. Also ich sage mal so, jeder Kaufplatz, wir gehen mal von einer 27-Loch-Anlage aus, jetzt einfach mal. Oder machen wir es einfacher, 18-Loch-Anlage, 19-Loch-Anlage, ja. Die haben in der Regel zwei Grünsmäher, ein Abschlagsmäher, ein Ferwewehr, ja. Der Ferwewehr hat fünf Spindeln, ja. Die zwei Grünsmäher haben sechs Spindeln zusammen, sind wir bei elf, ja. Dann kommt noch der Abschlagsmäher dazu. Mit drei Spindeln sind wir bei 14, ja. Und dann haben sie in der Regel, nicht alle, aber noch irgendwo ein altes Paar rumliegen. Definitiv. Ja, wo sie dann halt grobe Arbeiten und den ersten Schnitt machen, also nochmal drei dazu. Nach dem Sanden irgendwie nochmal ein paar alte Spindeln. Ja, dann haben wir da 17 Einheiten. Ja. Und die müssen in der Regel zum Teil eins bis zwei Mal im Jahr nochmal nachgeschärft werden, ja. Gerade für die Turniere, dass das alles passt, ja. Gehen wir mal davon aus, dass wir die fünf Ferweeinheiten nicht mitmachen, ja. Da sind es nur zwölf, ja. 17 plus zwölf, nochmal plus zwölf, ja. Und dann bist du schon bei der Frequenz, dass du sagst, okay, wenn ich mir die Schleifmaschine selber kaufe, lohnt sich das. Nach einem Jahr amortisiert. Ja, nicht ganz, ja. Aber du kommst dann halt hin, dass du nach fünf, sechs Jahren sagen kannst, okay, jetzt fange ich an, Geld zu sparen, weil ich habe die Maschine, ich kann dann schleifen, wenn ich es brauche. Ja. Wenn ich einen Schaden habe, wenn ich einen Beregner mitgenommen habe, einen Stein, Golfblatt, sonst irgendwas. Ja, das kommt ja so oft vor, dass du mal eine Macke da rein kriegst. Und dann musst du sofort die Spindel schleifen. Genau. Und da bist du dann halt einfach flexibel. Du findest, dass Backlaben ist ein Fehler? Ja. Ich sag mal so, wenn wir auf alle Faktoren eingehen wollen, ja, wie bei allen Vergleichen ist immer nur die halbe Wahrheit drin, ja, wenn wir wirklich alles berücksichtigen wollen, von Kraftstoffverbrauch, Verschleiß der Maschine, Lager, etc., ja. Alles, was einen Druck hat, frisst Energie und was Energie frisst, ja, kostet uns irgendwo was an Standzeit, an Leistung, an Langlebigkeit, ja. Deswegen sind wir da an sich ein richtig geschliffenes Mähwerk. Was richtig eingestellt wird, was richtig gepflegt wird, hält länger und besser, als wenn ich mit einem Lappen rummache. Das heißt also wirklich, eine perfekt laufende Spindel hat keinen Kontakt, läuft quasi völlig frei. Und wenn du dann eben den Papierstreifen reinlegst, dann wird der wirklich so wie mit einem Ventilator abgeschnitten, perfekt geschnitten und du hast trotzdem keine Geräusche. Genau. Ja, dann mach her mit so einer Spindel. Das machen wir nachher. Ja, und deswegen ist das Einstellen das Entscheidende und das Lappen bringt halt in unseren Augen nicht das Ergebnis, was gewünscht ist, ja. Du tust nur kurzfristig das ein bisschen besser machen, aber das geht so schnell wieder abwärts, diese Standzeit, ja, durch den nächsten Dreck, Korrosion, Verkratzung, weil halt einfach beim Einleppen halt dann mit Kontakt gearbeitet wird, dass du halt nicht so lange mehr was davon hast. Das ist ja interessant. Dann ist es halt eben dann doch besser, wenn man jetzt eine Macke drin hat oder wenn man jetzt doch eben Dreck reinbekommen hat, wenn die doch die Spindel verschlissen ist, wenn du eben einen sauberen Schnitt nicht mehr hinkriegst, ohne Kontakt, dass du dann lieber nachschleifst. Ja, ich sag mal so, nach dem Schleifen, ne, haben wir ungefähr für die 5, 6 Stunden eine Kante dran, die wir richtig merken, wie wenn wir ein Messer geschärft haben und den gerade dann aufgestellt haben, ja. Den merken wir, der nutzt sich nach 5 bis 10 Stunden ab, egal bei welcher Einheit, ja. Und dann ist das Entscheidende, dass die Geometrie nämlich passt und die wird beim Leppen nämlich zerstört. Und die wollen wir aber behalten, weil nur anhand dieser Geometrie, an dieser richtigen Schneideform durch die richtige Einstellung eine lange Standzeit erreichen. Dadurch können die Greenkeeper mit 1 bis 2 Mal Schleifen im Jahr ihre ganzen Grüns mähen, wo sie täglich 8 Stunden auf dem Gras rumfahren, ja, und ihre Muster reinfahren und das Abmähen auf ihre Schnitthöhe. Das ist interessant. Ja, das ist das Entscheidende. Ja. Und jedes Mal beim Leppen durch, oder Leppen ist ja, kann man auch so sehen, wie wenn man Sand untermäht, ja, er wird völlig zerstört. Und deswegen, wenn die Einheiten eine Stumpfheit erreichen, ja, dass die Geometrie abgenutzt ist durch den Rasensaft, durch den normalen Hummus, wo er auf dem Rasen ja vorkommt. Wurmhäufe, das ist ja grausam, das geht ja leider auch sehr schnell. Ja. Das ist ja auch das, was ich immer so furchtbar finde. Und das sage ich auch immer wieder, so ein Spindelmäher ist echt ein empfindliches Gerät. Also, ne, sobald du da ein bisschen Dreck, ein bisschen Sand auf der Rasenfläche hast, Stöckchen, Steinchen, isst die Spindeleinheit hin. Und dann kostet es natürlich Geld, wenn du sie wieder in einem perfekten Zustand haben willst, dann musst du sie schleifen lassen. Das ist einfach so. Da ist ein Sichelmäher wesentlich robuster. Genau, der kann aber nicht das erreichen, was wir halt haben wollen. Eine schöne Oberfläche. Und das ist halt einfach der Unterschied. Deswegen, wenn eine Spindeleinheit stumpf wird oder nicht mehr richtig schneidet, überprüfen wir den Schneidspalt, ob das richtig funktioniert. Prüfen wir die grundsätzliche Einstellung von dem Mähwerk. Nach jedem Einstellen des Schneidspaltes müssen wir auch die Schnitthöhe kontrollieren. Klar. Weil es verändert sich. Und dann sehen wir, okay, sie schneidet jetzt wirklich nicht mehr. Viele sind auch durcheinander. Die meinen, wenn sie die Spindel langsam drehen und ein Papier reinhalten, schneidet es ab. Muss ja gar nicht stimmen. Weil erstens mal, je länger die Spindel gelaufen ist, desto weniger von dem Mikrograd ist er noch da, direkt nach dem Schleifen. Und der schneidet das Papier dann nicht richtig ab. Oder quetscht es nur. Oder das geht halt zwischendrin durch. Deswegen ist ja bei so einer Spindeleinheit die Drehzahl entscheidend. Von 2,5 bis 2.000 Umdrehungen. Wo halt nur durch die Geometrie das Gras aufrichtet, anlegt, abschneidet. Weil das Gras nicht in der kurzen Zeit in diesem Mikrospalt zwischendrin sich umlegen kann. Durch die Trägheit wird es abgeschnitten. Aha, du sagst also, auch wenn das Papier quasi gequetscht wird über die Kante, kann das Gras noch gut geschnitten werden, weil es eben durch die Geschwindigkeit der Spindel, durch die Drehzahl eben immer noch geschnitten wird und nicht verquetscht wird, wie das Papier. Genau, solange die Geometrie da ist. Aber dann hilft nicht wirklich der Papiertest. Genau, deswegen machen wir den Papiertest nur bei uns auf der Maschine nach dem Schleifen, um zu gucken, ob es so eingestellt ist. Draußen auf dem Grün, wo der Greenkeeper einstellt, ist die Fühlerlehre entscheidend. Also hier werden, wie heißt das so schön, alle Glaubenssätze gerade über Bord geworfen, liebe Zuschauer, alle Glaubenssätze. Das heißt, da macht ihr nur noch Lehre. Es soll... Wir haben alles falsch gemacht. Wir haben alles falsch gemacht hier. Die Welt ändert sich gerade, also wir drehen gerade links rum. Nein, das finde ich ja total interessant. Und noch ein wichtiger Punkt, den muss ich anmerken, das zeige ich dir auch unten noch, so wie alles andere auch. Eingestellt wird nur links und rechts, nie in der Mitte von dem Mähwerk. Nie in der Mitte? Nie in der Mitte. Also, lieber Ranwix, System Ettrich, hier mitten in der Wallachei, die Schleifwerkstatt, hier werden eure Spindel geschliffen. Wir sind jetzt hier in der Werkstatt, da steht jetzt die SBR 900. Ganz schöne Maschine, ganz schöner Klopfer. Und das ist hier meine E-Flex-Spindel-Einheit. Falls es noch nie einer gesehen hat, hier könnt ihr mal gucken. Hier meine E-Flex-Videosammlung mit einer Acht-Messer-Spindel. Und der Marvin hat gerade gesagt, das Untermesser müsste man vielleicht sogar schon erneuern. Sie, also ihr erneuert wirklich immer das Untermesser, wenn ihr schleift oder in den meisten Fällen? Bei Grüns- und Abschlagseinheiten wird es in den meisten Fällen, also zu 98 Prozent erneuert, weil wir eine Einlaufkante drin haben. Kaufplätze mähen ja auch ganz andere Stückzahlen, deswegen müssen wir es hier jetzt noch genau prüfen. Und Fairweereinheiten heben so eins bis zwei Jahre. Kommt auch immer auf den Anbindungsbereich drauf an, je nachdem, ob sie halt viel Humus oder Sand mitgemäht haben oder nicht. Okay, cool. Dann haben wir los. Achso, halt, nee, warte noch mal hier. Und was wir noch als zweites haben, ist halt hier von meinem uralten Edco Balmoral 20 SE, die 20 Zoll-Spindel. Die ist, glaube ich, noch niemals geschliffen worden, wirklich. Die habe ich jetzt mal mitgebracht. Das wäre jetzt genauso der Fall, den ihr jetzt hier auch anliefern würdet, so eine alte runtergewarzte Spindelkassette. Und ob wir die auch geschliffen kriegen, werden wir sehen. Wir prüfen jetzt als erstes mal eure Einheiten, wo ihr mitgebracht habt, ob die von den Lagerungen noch in Ordnung sind. Ja, das ist immer das Wichtigste. Ich nehme mal an, bei dir passt das alles. Werden wir sehen. Und dann prüfen wir das Untermesser nochmal im Genauen und dann sind wir eigentlich auch schon so weit, dass wir dann auch loslegen könnten mit dem Schleifen. Oh, hier steht, guckt euch das an, was hier rumsteht. Darf ich, dürfen wir hier filmen? Ja, also, ey, guckt euch die ganzen Spindeln hier an. Das ist ja der absolute Hammer. Große, kleine Torro. Oh, sind die dreckig. Also, wir machen jetzt folgendes, wie Marvin gerade gesagt hat. Wir ziehen jetzt erst mal hier von meiner alten Edco-Kassette die Spindel vom Untermesser zurück. Ganz einfach. Und jetzt dreht sie frei. Gefährlich. Also hier, ne, Handschuhe. Und mischst du das? Ja, ist doch perfekt, oder? Du meinst nicht, dass das Lager kaputt ist? Das ist hin. Das ist kaputt. Das ist ein Spiel. Echt? Das ist ein Spiel? Muss ich mal hinlegen, ja. Oh ja. Oh, 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 das Spiel. Also, das können wir uns mal vergessen. Also, tja, Lager werden wir auch nicht haben, ne? Müssen wir gucken. Ich glaube, ich habe da unten so eine Suche. Ja, also jetzt wird es schwierig. Also, tatsächlich ganz wichtig, wenn ihr so eine Kassette hier anliefert zum Schleifen, kontrolliert vorher die Lagerung und macht sie neu, wenn die Lagerung nicht mehr in Ordnung ist. Oder wir machen es. Oder natürlich, die Firma Ettrich macht das für euch, müsst ihr natürlich zusätzlich bezahlen, logischerweise. Okay, also das ist tatsächlich schon mal hochinteressant. Also, das ist Schrott. Ist die hin. Eine Sache, was die Lagertechnik betrifft, ja. Eine Spindel hat ja einen Drall. Und meistens gehen die Seiten als erstes kaputt, wo der meiste Drall entsteht, ja. Und das ist genau die Seite. Weil die Spindel dreht und tut ja beim Schneiden alles in die Richtung transportiert. Also, der Rasenabschnitt von hier geht immer weiter nach drüben. Ja. Und deswegen geht das kaputt? Meistens gehen immer die Seiten kaputt, wo der Drallende ist, ja. Meistens. Ach. Das Zweite ist, die Leute, die Greenkeeper oder auch die Privatleute, es wird zu wenig Pflege betrieben. Nicht, weil sie es nicht machen, sage ich nicht mal. Weil sie es auch teilweise nicht machen können. Das hier ist ein wartungsfreies Lager. Ja. Da kannst du nichts abschmieren, ja. Richtig. Bei den Einheiten kannst du wieder abschmieren, in der Regel. Ja, es sind aber auch keine Schmiernippel dran. Auch keine Schmiernippel? Nee, nee, es sind keine Schmiernippel dran. Bei dem hier, wenn man da jetzt mit der Kamera reingeht, der hat Schmiermittel, können wir abschmieren, ja. Und deswegen sind auch die Bauteile halt immer zu prüfen, ja. Das ist natürlich großartig, dass man jetzt die ganze Einheit hier anliefern kann. Und auch natürlich hier ganz wichtig, nicht nur die Lagerung der Spindel. muss spielfrei sein. Auch die Lagerung der Front- und der Heckrolle müssen spielfrei sein. Nur wenn alles spielfrei ist, wenn die Lager in Ordnung sind, kann man auch die Spindel perfekt schleifen als Einheit. Grundsätzlich richtig, dass ihr auf eurem Rasen ein super Ergebnis habt. Wir können aber die Spindel auch schleifen, wenn die Heckrollen und Frontrollen ausgeschlagen sind. Bloß ihr habt später das Problem, dass ihr nicht richtig... Weil wir nicht die Parallelität haben. Man kann halt die Schnitttür nicht richtig einstellen. Nicht genau, ja, okay. Für uns ist wichtig beim Schleifen, dass die Spindel kein Spiel hat, weil das ist das Hauptbauteil. Das muss passen, weil darauf baut dann der Schliff vom Untermesser auf später. Und nur dann können wir gewährleisten, dass ihr auch ein Top-Ergebnis habt. Ob ihr dann hinterher noch Front- oder Heckrollen selber lagert oder wir das machen, das ist dann egal. Der Marvin, der dreht jetzt auch hier nicht die Spindel weg vom Untermesser, sondern hier funktioniert es ja genau andersrum. Hier wird jetzt das Untermesser weggedreht oder weggezogen von der Spindel, damit die Spindel frei läuft. Jetzt habe ich damit auch die Versteller an sich überprüft. Jetzt überprüfe ich, ob die Druckteller mit den Federn noch in Ordnung sind und richtig eingestellt sind. Weil, das ist der große Punkt, wir verstellen mit dem Versteller zwar den Untermesserträger zur Spindel, ja. Aber wir müssen sicherstellen, dass unsere Gleitteller, weil das ja eine Konusbahn ist, eine schiefe Bahn ist, ja. Dass die hier auch spielfrei sind, haben wir zu viel Druck. Und das verändert sich, weil das ja Gussbauteile sind. Dann haben wir eine Klemmung drauf, dann verbiegt sich der Untermesserträger, ist die Spannung zu wenig. Dann wackelt der Untermesserträger in der Führung rum und wir haben unterschiedliche Schnittspalteinstellungen immer. Deswegen müssen die Federn in Ordnung sein, dürfen nicht zu fest angezogen sein, aber auch nicht zu locker. Und was sagst du hier? Ja, sieht jetzt soweit auf den ersten Blick noch in Ordnung aus. Super, sehr gut. Das war so wie beim Arzt, ne? Ich habe ja die ganze Lagerung neu gemacht, Marvin, also das sollte eigentlich jetzt noch passen. Ich hoffe. Vertrauen ist gut, Kontrollen ist besser. Ja, natürlich. Das wäre natürlich fatal. Jetzt können wir auch besser das Untermesser prüfen. Aber wir probieren es nochmal zu schleifen. Wir lassen das jetzt erstmal drauf. Also wir lassen das jetzt drauf, das Untermesser, in der Hoffnung, dass jetzt das noch funktioniert. Hast du den Krummer neu gelagert, neue Stände drauf gemacht oder hast du den... Den habe ich neu gekauft. Neu gekauft? Der war nicht dabei. Und dann habe ich den für auch ein ordentliches Geld noch zusätzlich dazu gekauft. Dann müssen wir den auch noch überschleifen. Was? Wir müssen den Krummer schleifen? Denn ein Krummer, der neu eingebaut wird, beziehungsweise neu gelagert wird oder Sterne erneuert wird, sind ja alle unrund. Das sind ja alles einfach nur Blechlaserteile, die rausgeschnitten sind. Der läuft völlig unrund. Ich habe mich mal schon gewundert. Genau. Und den müssen wir jetzt einmal dann überschleifen, dass jede Spitze genauso gleich lang ist wie die andere. Und das machen wir noch. Ich kriege den Mund nicht mehr zu hier. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe mich immer gewundert, wieso der so unterschiedlich läuft hier. Und du siehst das ja auch, wenn der läuft, dass der nicht auf einer Höhe läuft. Und deswegen wird der auch geschliffen. Der muss einmal überschliffen werden. Das muss man eigentlich nur machen, wenn man, wie gesagt, den neu lagert oder neue Sterne einbaut. Und dann läuft der eigentlich immer ohne nachzuarbeiten. Aber der ist ja neu gekauft. Das heißt, der Hersteller macht das nicht. Nein. Nein, der macht das nicht. Das ist echt cool. Ja, Mensch. Gut, dass ich ihn dabei habe. Gott sei Dank. Oh, herrlich. Hier frisch geschliffen die Spindel. Guck mal, was der hier. Das ist auch eine Ferbeeinheit, ne? Ja. Was der für tiefe Rillen hat, damit das Gras nicht runtergedrückt wird. Das hier sind spezielle Ringe. Die sind federbelastet in der Mitte. Die sind alle locker, dass der sich beim Kurvenfahren anpassen kann. Okay, und das ist jetzt hier so ein richtig robustes Ferbemesser. Genau. So ist er eingestellt bei uns. Die Spindel ist jetzt vom Untermesser weggestellt. Ja. Die hat keine Berührung. Das, was man jetzt noch so hört, das ist der Schleifstaub, der noch auch... Ach, der Schleifstaub. Schleifstaub. Die Körner? Die Körner, die hier noch drauf sind. Aha. Ja, und das ist das Wichtige, dass man das halt weiß, wenn es nach dem Schleifen kommt und man sie dreht, muss jeder sie zu Hause noch mal kontrollieren und nachstellen gegebenenfalls, weil durch den Transport kann sie sich ja immer noch verstellen, ja. Deswegen werden ja die Einheiten auch auf den Golfplätzen jeden Tag neu eingestellt oder geprüft, weil durch das Fahren, durch den Verschleiß kann sich immer mal was verstellen. Und wir haben gelernt, prüfen jetzt dann nur noch mit einer Füllerlehre. Genau, wenn sie draußen schon im Einsatz war, jetzt hier, die ist ja frisch geschnitten von uns, ja. Wir machen das mit dem Papier, heben die gerade links und rechts hin und machen das nur außen, in der Mitte nicht, weil... Und jetzt kommt's, wenn ich die jetzt drehe und drücke hier mit dem Finger drauf, hat die ein ganz anderes Schleifgeräusch. Das muss man sich mal reinziehen, wie empfindlich das ist. Also, du brauchst hier nur leicht drauf zu drücken schon und schon hast du hier schon eine Veränderung des Spaltes. Genau, weil es kommt ja immer auf die Schnitthöre an. Je geringer die Schnitthöre ist, desto größer ist der Grasdruck, der Anlaufdruck vom Gras gegen das Untermesser. Und da das ja links und rechts geführt ist und da die Aufnahme ist, ist es da stabiler als in der Mitte. Du meinst jetzt der Messerbalken. Ja, der Messerbalken. Der Messerbalken ist außen stabiler als innen, weil da jetzt die Führung ist. Genau, weil da ist er aufgenommen. Obwohl das ja eigentlich so ein gefühlten massives Teil Stahl ist. Aber alles lässt sich biegen, immer nur zu einem gewissen Maße. Und der Träger kann stabil sein, wie er will. Er könnte da so einen Trümmer reinschrauben. Auch den würdest du mit einem gewissen Druck verbiegen können. Nur ganz leicht. Es geht hier ja nur um Hundertstel. Aber die Hundertstel reichen halt, dass wir Kontakt haben oder nicht. Boah. Und deswegen wird nur links und rechts eingestellt und nie in der Mitte. Weil das passiert automatisch dadurch, dass es an den Seiten eingestellt ist. Weil durch den Rasen, durch den Grasdruck, sich das wieder anläuft und wieder derselbe Abstand ist. Spannend. Spannend. Ja, das ist praktisch die Aufnahme für jede Spindeleinheit. So weit wie es möglich ist. Ja, okay. Das muss noch ein bisschen zusammen. Wie lange braucht ihr ungefähr so für eine Spindel? Das kommt auf den Zustand drauf an. Ich meine, sie ist in Ordnung. Also nur jetzt hier das aufbauen und einmal durchschleifen. Also wenn alles optimal läuft. Das Untermesser noch gut ist, die Spindel noch gut ist. Die zwar stumpf sind, aber jetzt nicht so runtergefahren, dass sie richtig zwei, drei Millimeter Radius drin hat. Dann dauert das so ungefähr eine Dreiviertelstunde. Was ich mich immer frage, Marvin, wie kriegst du denn jetzt überhaupt die Parallelität wirklich hin? Also das ist ja, ich meine, wie richtest du jetzt überhaupt die Spindel auf, dass der Schleifstein parallel zur Spindel läuft? Das ist ja genau das, was ich mich immer frage. Das ist ja das Komplizierte. Das muss ja absolut parallel laufen. Das liegt im Geheimnis unserer Maschine. Das liegt im Geheimnis eurer Maschine. Also die Spindeleinheit wird jetzt an drei Punkten festgeklemmt. Genau. Auf drei Beinen steht man besser. Das nennt sich statisch bestimmt übrigens. Also auf drei Beinen steht die Einheit drauf. Dadurch ist sie halt spielfrei, wackelfrei und sie ist fest. Das Feste ist wichtig für uns, dass sie sich beim Schleifen nicht bewegen können. Für uns ist es wichtig beim Ausrichten, dass die Front- und die Heckrolle einigermaßen senkrecht zueinander stehen. Dass wir halt mit unserem Turm, mit unseren Einstellmöglichkeiten die optimalsten Wege rausholen können. Das hier ist unser Messgerät. Das ist unser Prototyp für die neue Einheit. Das sieht mittlerweile anders aus. Aber es erfüllt auch seinen Zweck. Setzen wir hier in das Untermesser ein mit der Schraube, dass es hier oben drin sitzt. Und dass die Kante parallel mit dem Untermesser ist. Und da haben wir einen Laser drin. Den können wir einschalten. Und da vorne haben wir jetzt ein Kreuz. Und die müssen übereinstimmen. Das rote Laserkreuz mit dem schwarzen. Das tut es noch nicht. Genau. Das ist jetzt die Gruppe. Oder das, was wir vorfinden. Also, nur mal, dass ich das verstehe. Das heißt, der Laser ist jetzt parallel zu dieser Platte. Der wird über den Spiegel umgelenkt. Ah, über den Spiegel umgelenkt. Genau. Und darüber können wir jetzt, weil wir das ja so voreingestellt haben, feststellen, durch das Aufhängen von unserem Laser, ob die Spindeleinheit jetzt mittig steht und ausgerichtet ist in der Höhe und in der Seite. Und das machen wir jetzt. Warte mal, in der Höhe und in der Seite. Das ist jetzt erst mal diese beiden Ebenen. Also, die Ebene, dass es horizontal ist, die ist entscheidend. Das machen wir über den waagrechten Laser. Und der senkrechte, der ist dazu da, um zu gucken, dass die Einheit nicht gekippt dasteht. Ah. Der Winkel, der kommt jetzt erst noch. Der kommt noch. Das ist ein anderes Messer. Okay, also das heißt, diese und diese beiden Ebenen. Genau. Okay, verstanden. Ja, okay. Wenn wir das jetzt ausgerichtet haben, dass das passt, so wie jetzt, dann sind wir fertig. Das ging aber schnell. Also setzt das drauf, schraubst, wo du verstellst jetzt, wo verstellst du? An unseren Kurbeln. An den Kurbeln. Und damit stellst du diesen Tisch ein, ne? Genau. Wir haben ja gerade gesagt, dass wir jetzt die Waagrechte eingestellt haben und dass das Mähwerk nicht verkippt ist. Jetzt müssen wir den Winkel vom Untermesser messen. Also das ist jetzt der Kippwinkel sozusagen. Genau. Und auf diesem ausgemessenen Winkel beziehen sich unsere ganzen Rechnungen und Einstellungen, die wir machen müssen, um das Mähwerk dann rund und hinterschleifen zu können. Genauso wie die Stirnseite und die Frontseite vom Untermesser. So, und die Fläche, du nimmst aber jetzt, du hängst jetzt auf die Fläche oder auf diese? Nein, wir gehen immer auf die Fläche, wo die Schrauben sind. Immer auf die Fläche, immer auf die Fläche der Schrauben. Genau, weil das ist unser Nullpunkt. Okay. Von dem gehen wir aus. Okay. Und da haben wir jetzt 12 Grad, wenn ich mich nicht verlesen habe. Wenn ich das irgendwie finde. 12 Grad. Ach so, von den 90. Genau. 12 Grad, okay. 12 Grad aus der Senkrechten raus. Genau. Das ist unser Referenzwinkel. Okay. So. Das sind immer 12 Grad, das ist euer Null. Oder das hängt von der Spindel jetzt ab. Okay. Deswegen, jetzt kommt nämlich der Knick oder der Kniff an der Sache. Der Kniff, ja. Egal wie die Einheit aufgebaut ist, der Untermesserwinkel ist beim Messen immer ein anderer. Ja. Und dieser Winkel, wo der anzeigt, ist unser Null. Wenn da jetzt 12 steht, dann ist 12 für uns gleich Null. Ach so. Weil darauf bauen alle Winkel auf. Ach, du brauchst die jetzt nicht nochmal nachzustellen, sondern du guckst jetzt dir die Gradzahl an, die sich jetzt zufälligerweise ergeben hat. Genau. Und das ist dann, sagst du, aha, 12 ist mein Null. Genau. Und darauf berechne ich dann die Werte, die ich brauche. Du brauchst gar nicht nochmal rumfummeln, sondern du guckst bloß, was habe ich für einen Winkel und daraus leitest du jetzt die Schleifwinkel ab. Genau. Okay. So, jetzt sind wir wieder bei unserem Punkt. Wir haben 12 Grad, ja, abgelesen. Genau. Und das ist unser Nullpunkt. Genau. Auch deswegen kommen da die 12 Grad jetzt. Genau. Und jetzt wollen wir 3 Grad Freibinkel haben an der Schneidenfläche, ja. Bei 15. Ach nee, bei 9. 9. Weil wir wollen ja frei werden. Ach so, das ist jetzt genau der Winkel. Genau. Und jetzt die auf, äh, die, die Fläche jetzt. Genau. Oben hier. Die Schneidenfläche. Die Schneidfläche. Die muss 3 Grad, 3 Grad, okay. Jo. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir eine richtige Schleifscheibe haben, mit der wir hinten rein können und dann können wir schon loslegen. Okay. Das ist jetzt aber, die ist ja schon drauf. Das ist ja eine Scheibe, aber die muss ja nicht unbedingt passen. Die ist wahrscheinlich zu breit für den Abstand, den ich habe zwischen Spindel und Untermesser. Das heißt, du konntest jetzt nicht weiter zurückdrehen. Du brauchst jetzt hier diesen Spalt, um an der Spindel vorbeilaufen zu können. Genau. Und deswegen brauchst du jetzt eine schmalere, eine dünnere Schleifscheibe. Genau. Das heißt, wenn du eine neue Spindel hast, ist das immer ziemlich grenzwertig. Genau. Wir haben jetzt so ein ganz dünnes Scheibchen hier. Das musst du mal von hier filmen. Und die ist halt sehr dünn, um zwischen der Spindel und dem Untermesser jetzt langschleifen zu können. Dieses Scheibchen, das ist eigentlich so das, äh, das Coole, dass die einfach dazwischen fahren kann. Jetzt muss ich mal eine Anschläge einstellen. Das ist jetzt links und rechts die Kante, die Ecke. Die Ecken, die natürlich jetzt vorgestanden haben. Gehen wir jetzt, ich weiß nicht, musst du da jetzt noch ran an die? Ja. Feuerwerk! Siehst du das? Ui! Ja? Also da fehlt ja noch was. Hier an der Ecke. Siehst du, dass es bis nach oben ein Schliff da ist? Ja. Sieht man es auch in der Kamera? Ja. Das ist jetzt der originale Schliff hier an der Ecke, der in Ordnung war. Ja. So wie der Hersteller das vorschreibt. Und hier in die Mitte rein, da haben wir nach oben noch einiges, was wir rausschleifen müssen. Da sieht man diese, siehst du das, Schatz, die ungeschnittenen, ungeschliffene Fläche. Warum ist am Rand jetzt schon weg? Also, weil hier am Rand der Verschleiß geringer ist, ja, weil erstens läuft hier das Untermesser an der Kante hier außen, ja, nicht? Ja. Gegen die Spindel. Ja. Und dann, was wir vorhin ja festgestellt haben, der Rasendruck. Der ist in der Mitte größer. Genau, und der ist hier am größten und dadurch haben wir hier auch in der Regel eine andere Kante, die breiter ist. Und das müssen wir jetzt alles rausschleifen, dass das von links nach rechts eine parallele Fläche ist. Klar, klar. Und dann hoffen wir mal, dass noch was da ist. So, also, was wir jetzt machen, jetzt kommt noch die Stirnseite des Untermessers. Die braucht natürlich auch den richtigen Winkel. Das sind jetzt wie viele Grad? 13 Grad Freiwinkel hat die. 13 Grad Freiwinkel. Also, das ist jetzt auch von der senkrechten immer. Von der Rechtwinklichkeit. Also, rechtwinklig 90 Grad, also 13 Grad nach hinten freigeschliffen. Wir haben jetzt die grobe Einstellung schon abgeschlossen und sind jetzt dabei, auf das letzte Grad einzustellen, damit wir halt den richtigen Winkel schleifen können. Wir haben am Turm auf unserer Skala die 90 Grad genommen, minus 12 Grad für unseren Nullpunkt und dann nochmal minus 13 Grad für unseren Freiwinkel und dann kommen wir auf die 65 Grad Einstellung, die wir benötigen, um jetzt das Untermesser halt richtig schleifen zu können. Genau. Und dafür haben wir nochmal diese Schleifscheibe gewechselt, weil wir jetzt mit der anderen Seite schleifen müssen. Jetzt checkst du auch erstmal, ob wir da halbwegs parallel sind oder jetzt ziehst du einfach durch? Die Oberseiten nutzen sich immer unterschiedlich ab. Wir können hier zwischendurch ein Tal haben und jetzt wieder gleich mehr werden mit dem Schleifen. Das ist schlecht zu sagen, aber wenn wir hier unseren Zustand betrachten, ist das Untermesser schon noch parallel genug, dass wir das einfach so abschleifen können, dass es gleichmäßig ist. Okay. Wir müssen auch mal ein paar Fotos machen, dass man ein paar... Ja, jetzt ein Foto. Das ist cool. Cool, dann ist er da dran gegangen. So Andreas, wir haben jetzt die Frontseite geschliffen und die Schneidenfläche als erstes geschliffen. Und jetzt überprüfen wir, ob das, was wir geschliffen haben, richtig ist. Wir haben ja mit dem Spiegel hinten geprüft. Von oben sehen wir das und jetzt kommt das mit dem Finger dran. Jetzt fassen wir hier hinten hin und merken, ob da ein Grat entstanden ist. Ja. Ja, ich würde sagen, ordentlicher Grat. Hier mehr als da, würde ich sagen. Genau. Ja. Das ist nicht so schlimm, ob auf der einen Seite mehr ein Grat ist als auf der anderen Seite. Wir müssen nur feststellen, ob ein Grat da ist. Durchgängig. Genau. Weil dieser Grat zeigt uns an, dass das Untermesser jetzt genau bis zur Spitze hin richtig ausgeschliffen ist. Und das ist unser Indikator. Jetzt ist das Untermesser fertig. Und der Grat bleibt so lange dran, bis die Spindel fertig geschliffen ist. Und später durchs Einstellen, der sich von alleine abschließt... Der schwillt sich dann gleich weg. Genau. Und dann entsteht diese Mikrokante, das was das ganze Schleifen am Ende so spektakulär macht, dass die Einheit auch wirklich schneidet. Und dann muss diese Mikrokante möglichst lange halten. Genau. Okay. Jetzt müssen wir gucken mit der Messuhr, ob die Heckrolle, weil die ja mittig zur Spindel zur Spindel läuft, ja, richtig eingestellt ist. Ja. Was machst du jetzt? Du drehst aber doch nochmal den ganzen Tisch jetzt hin und hin. Weil dadurch läuft er ja wieder ein bisschen aus der Flucht raus. Genau. Wir haben in der ersten Einstellung das Untermesser geschliffen. Ja, genau. Und da das Untermesser sich durch den Versteller ja frei von der Spindel hin und her drehen lässt, können wir das im spannungsfreien Zustand, wie wir es jetzt geschliffen hatten, ausgleichen. Ja. Jetzt müssen wir aber überprüfen, weil das können wir später nicht durch Einstellungen ausgleichen, dass der Schneidzylinder, die Spindel, nicht konig läuft. Richtig. Die muss zylindrig sein. Absolut. Und unser Festpunkt an den Tocho-Einheiten und an den Jacobson-Einheiten, die eine feste Heckrolle haben, die wir ja nicht verändern können, ist das unser Bezugspunkt. Und den habe ich jetzt mit der Messuhr nochmal ausgemessen, ob der wirklich stimmt. Weil wir hatten ja vorhin durch das Verdrehen vom Tisch ja schon das Untermesser angepasst. Ja, genau. Und jetzt müssen wir die Spindel nochmal nachpassen. Aber ihr könnt jetzt nicht in die Spindel reingreifen. Also das macht ihr jetzt nicht. Also du gehst jetzt nicht hier rein und guckst, ob der jetzt, da kannst du jetzt nicht messen. Das kommt. Ach, das kommt jetzt auch noch? Nein, das kommt bei anderen Schneidsystemen zum Einsatz. Ah ja. Bei den ESP-Einheiten, wo wir vorhin den Papiertest gemacht haben, da ist das Untermesser fest. Da können wir am Untermesser nicht eingreifen. Okay. Und da müssen wir die Spindel so einstellen. Alles zum Untermesser ausrichten. Genau. Und hier ist es halt andersrum. Aber das ist ja wichtig, die Parallelität zu der Parallelität. Aber das finde ich eigentlich gut nochmal zu überprüfen, wenn du sagst, ich habe die jetzt hier parallel ausgerichtet, ist dann hier diese Welle hier, läuft das auch parallel? Wenn ein Fehler im Gehäuse drin ist, stört uns das nicht, weil wir die Spindel an die Heckrolle anpassen und dadurch ja eine Parallelität erzeugen. Aber dann schleifst du die Spindel leicht konisch, ne? Das ist richtig, aber einen Tod muss ich dann auch sterben. Ja, ja, okay. Aber du, dann ist die, okay. Klar, du schleifst aber die Spindel dann zur Heckrolle ausgerichtet. Genau. Okay. Jetzt ist das Entscheidende, jetzt wo wir die Heckrolle ausgerichtet haben, dass die passt, werden wir sehen, ob der Schneidzylinder wirklich konisch läuft oder ob er zylindrig bleibt. Das sieht man ja sofort, wenn du jetzt auch mal rüberfährst. Genau. Okay. Deswegen ist alle Messerei, alles außen rum. Ja. Für den Arsch. Wenn du jetzt einen Millimeterunterschied hast, dann ist irgendwas faul. Dann ist was faul. Aber wir würden das dann auch schon in der Spindel drin sehen, ja? An den Blättern. Im Moment sieht alles ganz normal aus, dass wir hier nur einen minimalen Kondizität zu erwarten haben, was einfach normal ist. Vielleicht auch fast gar nichts. Ja, okay. Ja. Ja, und das, was ihr hier seht, das sind ne Hundertstel. Das ist ne Viel. Aber das ist leikonisch, ne? Leicht, ja. Wie es zu erwarten war. Ja. Die darf jetzt nicht anfangen zu schwingen. Genau. Da kann man mal sehen, lieber Rasmix, auch wie aufwendig das ist, so ne Spindeleinheit zu schleifen. Und das ist noch die praktikabelste Maschine, weil man nicht umspannen muss. Und trotzdem dauert das eben seine Zeit, bis so ne Spindel wirklich an allen Kanten und Flächen sauber geschliffen ist. Was wir jetzt hier noch machen ist, wir schleifen die Grumermesser auf einen konzentrischen Lauf. Und das ist jetzt die Unwucht in dem Grummer. Genau. Wir sehen ja auch, dass die Grummer Hülsern alles einen Höhenschlag haben. Ja, total. Aber ja, jetzt alle fest und die verändern sich jetzt nicht mehr. Und jetzt können wir die Spitzen abschleifen, sodass es überall rund läuft. Ja! Das heißt, dieses ausgewölbte Messer kann teilweise weg sein, weil die Messer halt wegschleifen müssen. Ja, ja. Aber das ist auch so gewünscht. Oder ist diese komische Form irgendwie Absicht? Ja, die Sterne sind eigentlich so aufgebaut, dass du sie nochmal hättest rumdrehen können. Ja. Deswegen in der Mitte die Aussparung. Aber das wird nie einer machen. Weil die werden so abgenutzt, wie sie einfach sind. Und unsere Aufgabe ist es jetzt erstmal, die einfach nur wieder parallel zu schleifen. Dass es auch wirklich rund ist und dass es passt. Hier müssen wir jetzt nochmal ein bisschen wegnehmen. Weil es hat doch nicht überall gleichmäßig geschliffen. Hast du die jetzt eben noch ausgerichtet, die Welle nochmal? Ich habe sie kontrolliert, ob sie soweit parallel ist. Da auch der Kuma sich ja wieder unabhängig verstellen wird, spielt das ja für uns keine Rolle. Wir müssen ja nur sicherstellen, dass sie überall gleichmäßig ist. Dass die Einheit einfach rund ist. Genau. Und wir sehen ja, dass sie jetzt im Funkenbild gleichmäßig überall was wegnimmt. Und das dauert jetzt noch ein paar Mal hin und her fahren. Und dann ist es überall eigentlich gleichmäßig. Weil wir wollen ja, wie gesagt, nur die Spitzen kappen. Wir wollen ja nicht komplett rund. Ja, ja, ja. Nur die Spitzen so, dass die Spitzen alle gleichmäßig sind. Also du nimmst tatsächlich diese Spitze, dieses nach außen gewölbte, da nimmst du jetzt die Spitzen weg. Genau, sodass wir halt runterkommen. Wenn wir jetzt hier sehen, da ist halt nichts mehr mit Aushöhlung in der Mitte. Ja, eben. Weil die halt so weit rausgeguckt hat, dass die halt einfach weg musste. Das ist ja krass. Ja, lieber Radfix, das macht sich eben keiner so wirklich bewusst. Dass das eben eine sehr komplizierte und aufwendig zu wartende, also in diesem Fall zu schleifende Schnitttechnik ist, der Spindelmäher-Schnitt. Aber auch nur das erzeugt den perfekten Rasen. Yeah. Es gibt von den Herstellern Winkelangaben, die entscheidend sind für den Hinterschliff. Ja. Wir haben uns Lärchen gemacht, ja. 30 Grad ist zum Beispiel für Tocho, für Jacobson, Ransomes. 22 Grad ist für John Deere. Dann haben wir 45 Grad und 50 Grad. Das sind für Schleppeinheiten, wenn ihr das versagt. Und die haben einen anderen Winkel, weil die auch viel dickere Blätter haben. Okay. Ja, und letztendlich hängt von der Blattdicke auch irgendwo der Winkel ab, was der Hersteller sich mal ausgerichtet hat. Und das haben wir jetzt auf 30 Grad eingestellt. Und wie viel Millimeter Breite lässt du jetzt hier stehen? Also, das ist ja relativ dünn, 1, 2 Millimeter. Das ist ein Gefühl, was man macht. Und in der Regel gibt es so ein Maß zwischen 1 und 2 Millimeter. Und wir versuchen so die 1,5 anzupeilen. Okay. Aber da wir es nicht genau messen können, ist es halt letztendlich eine Gefühlsschichte. Dann guckst du so ein bisschen, wie das aussieht. Genau. Okay. Okay. So, 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 so. So, so, so. So, so, so. So, so, so. 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 So, so.